So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Upala. Ein wunderschöner Tag ist angebrochen. Und eine Sekunde. Ich schneide es hier noch. Ich habe die Nacht genutzt und habe mal einen Bogen gebaut. Und ein paar Pfeile. Die Nacko-Pfeile. Mit der bisher produzierten Nacko-Paste. So, das können wir ausmachen. Das habe ich noch zum Werben gebraucht. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Essen mit. Genau. Ich habe hier gerade einen... Ich habe hier gerade einen Duschterer. Ich habe hier gerade einen Para gehört. Wo er gestolpert ist. Na Mäuschen, guten Morgen. Was ist mit dir schlafen? Hört so aus, wa? Du bleibst aber heute mal hier. Irgendwie... Kannst du zwar viel tragen, aber... Das ist halt nicht so wie der Schemz, wa? Da ist der Para. Hallo! So, dann gucken wir noch mal. Was habe ich jetzt hier? Ja, ein bisschen mehr Leben kann nicht schaden. So, und hier... Ah ja, genau. Was haben wir denn? 34 M... Ähm... Äh, genau. Oh, schon. Guck. Was wollte ich... Ähm... Hier. Die hier. Genau. Okay. Die Sachen haben wir hier in der Nähe. Das machen wir, wenn wir wieder da sind. Das heißt, wir halten unterwegs mal Ausschau nach. Metall. Metall. So. Ich wollte gern... Was ist denn mit dir eigentlich? 25. Okay, ja, wie ist denn? Gleisch und Leder. Gleisch und Leder. Ne? Sorry, aber... Gleisch und Leder. Ich hoffe, deiner Größe entsprechen viel Gleisch. So, was haben wir gesagt? Mit der Spitzhacke kommt mehr Gleisch raus. Ich bin unspitzig. Okay, äh... Gut, dann hätten wir das zumindest erst mal wieder aufgefüllt hier. So, das sind immer noch fünf. Steckt weg. Und jetzt geht's aber echt los. So, hier unten haben wir ja alles schon eigentlich gesehen. Ja. Ich geh jetzt mal hier hoch. Ich geh jetzt mal hier. Guck mal, was hinter diesem Felsen ist. Die Aufnahme an. Ja. Okay. 45 Betäubungspfeile. Mittlere Abdaube drin. Ich hab hier noch gar keine Gehäuse. Hallo? Ist ja jemand, der nicht so freundlich ist. Der möge sich hiermit zu erkennen geben, bitte. Schwere, schwere Schritte. Ein Paarer. Hallöchen. Pupplöchen. Die sind ja halt schon ein bisschen anspruchsvoll, ne? Oh, Raptor. 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 Raptor? Der wird gerade schon irgendwas... Ja. Raptor. Echt? Ja. Nicht eher bekehrt, sondern eher. Oh, so ein Raptor. Ja, ne vorhin gesagt. Hallo? Hallo? Komm mal her. Ich möchte dich gern mitnehmen. Ja. Willst du mich auf uns kicke? Ne, wa? Lass mich mal kurz... Wo ist denn? Da. Hallo? Ach, kommt doch zu mir. Ja. 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 Ach, geht mir, das Herz selle. Shit. Da sind 20 im Herzen. Na ja, zu ihm. Ich schlafe doch. Ja. Ja. Ein Lüchel mit 20. Ich hol dir mal ein Stückchen gleich. Gehauen hab ich dich aber nicht, gell? Ich dich verletzt. Ich hab nen Raptor. Oh, ich bin ganz... Bitte mal, können wir nicht schon... Tja. Kasern wiederholt. Jo. Lieder? Kasern? Fung nach? Ne. Mehr Fasern? Oh, und mehr Lieder. Schade. Okay. Ist der unten? Spooky. Hallöchen! Du warst ein Junge, gell? Ähm... Raptor. Raptor. Du bist Roland. Hallo Roland. Ich grüße dich. Ich find dich cool. Ja, ja. So, dann fühl ich mich doch schon gleich viel besser, wenn ich jetzt hier rumlatsche mit dir. Aber weißt du was? Guck mal, da ist noch ein Paarer. Wenn du mir noch ein bisschen Leder holst, könnte ich uns einen schicken Sattel bauen. Guck mal da. Jetzt müsste doch so gehen, oder? Ja, 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 ja. Was hat denn der für ein Level? 135. Nazi, schmeckt! So, zeig dir mal, hast du mir Leder mitgebracht? So, Gesundheit hast du ja schon ordentlich. Guck mal an. Ja, du bist mein Bodyguard. So, zeig mir noch mal. Guck mal an hier. So, mein Schatz. Schick siehst du aus. Richtig schick. Tja, hahaha. So ist das doch alles schon gleich viel schöner zu erkunden hier. Also nicht... Oh, Kristall! Alfa Wübsch, da brauchen wir aber eine Metallabpicke, gell? Ein Kristall. Oder? Ich blub, ja. Ach nee. Ein Kristall. Zwei Kristall. Da kommt gar kein Kristall raus. Okay. Das ist halt echt nicht viel, ne? Oh je. Ich glaub, da brauchen wir die Metallpicke. Neu Roland? Kannst du mich jetzt noch tragen? Uiuiuiuiui. Ähm. Können wir das hier wegschmeißen? Ja. Ach, das bin ich. Hm. So geht's, oder Roland? Ja. So. Da haben wir hier schon direkt Kristall. Okay. Hier ist noch mehr. Wie sind wir die hier? So ein bisschen hinter unserer Base, ne? Die müsste da vorne sein. Kano. Da ist Metall. Irgendwie habe ich hier Probleme mit dem Rennen. Dann habt ihr den Nudel da unten gesehen? Er ist ein Geist. Okay, hier ist Metall. Wunderbar. Okay Roland, dann... Gehen wir mal hier, ne? Was soll ja hier irgendwo sein? Da ist schon wieder ein Dingsi, ein Spucki. Ich hab nen Raptor. Ich liebe Raptoren. Wo war noch der Spucki? Da. Ach ne, ist gar kein Spucki. Hä? Haben wir hier nicht irgendwo unser Haus? Hm. Spino. Mir ist wieder eingefallen, wie er heißt. So weit drüben sind hier? Was war das da hinten? Das ist kein Prawa. Wo ist denn mein Hemel? Da ist noch Raptor. Da. Das wäre ja nun mal der noch ein Raptor, hä? Wo ist denn hin? Da. Oh, ich hab ja schon Bock drauf. Wollen wir es versuchen? Wollen wir es versuchen? Wollen wir es versuchen? Wollen wir es versuchen? Das war jetzt sogar nie, ne? So, was habe ich gesagt? Neutral. Und du bleibst hier. Der macht mich wieder. 22bn, 25. 25 NDR. 24, Ich sehe nie, was der für ein Level hat. Echt, der liegt schon? Oh je. So clean. 55. Oh Mädchen, kann ich dich nehmen? Hier sind die scheiß Fliegen. Lass dir meinen Raptor in Ruhe. Jetzt kommen die zu mir. Warum? Lass den in Ruhe. Okay, das war's. Wo ist der andere hin? Hier. Dann gibst du mir mal bitte ein bisschen davon. Ein Pärchen, ein Pärchen. Ramona und Roland, sehr schön. So, jetzt holen wir hier noch die... Wie schön. Raptor Babys, Raptor Babys, Raptor Babys. Yay. Haha. So, Lille. Ja, Roland. Ich hab dir eine Ramona besorgt. Guck dir das an. Du bist auf neutral, ja? Ja. Brabes. Hab ich dir Guckling gleich gegeben? Jawoll. Ramona. Ich grüße dich, meine Schöne. Habt ihr direkt einen Bonus. Juhu. Ja, meine Wünsche. Wir sind zu 70. Na, Roland. Da guckst du, hä? Das ging schnell. So, dann will ich dich auch auf neutral. Und ihr folgt mir beide. Und wir gehen. Hoppala. Ja. Nach Hause. Eindeut. Versuchen wir das. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Haha. Ach, ist da Wasser oben durch dem Glauben? Aber ich bin nicht schon schwer. Guckst du das hin, Roland? Ja, oder? So, jetzt bin ich aber immer noch gründlicher. Wo wir jetzt wohnen tun hier. Hm. Hä? Oh, ich und meine Orientierung. Es ist schlimm. Es ist nur noch eins tiefer. Hier, oder? Ach so. Ah, Mist. Okay, dann. Vorsichtig. Hier. Ich hab's gefunden. Was soll das markieren? So, ihr Hübschen. Oh, ich hab's gefunden. Ach, wie schön. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Ach so, Ramona. Ähm. Warte mal. Stöß dich mal hier hin. Dann gibst du mir mal deinen Sattel. Das auch. Mäuschen, ich komm noch. Wunderbar. So, hier ist Fleisch für euch. Ihr beschützt mich schön den Mopsi, gell? Ach, wie cool. Wir haben eine Kristallquelle gefunden. Ach, schön. Ah, ich bin wieder da. Und ich hab richtig Bock auf dich. Äh. Ja, mach mal so. Und so. Die kannst du mal hier rüberpacken. Oh, komm. Oh, komm. Oh, da hatten wir aber jetzt richtig, richtig Glück. Sehr schön. Ich finde, Raptoren sind richtig geile Anfangstiere. Die sind schnell. Die können kämpfen. Und jeder von euch, der schon mal ein Raptor-Baby gesehen hat, der nicht hingeschmolzen ist, der hat kein Herz. Das behaupte ich jetzt einfach mal. So dreist wurde ich jetzt. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie das war. Ähm. Die brauchen eine gewisse Temperatur. Kann ich die mithilfe von Öfen erzeugen? Diese Temperatur. Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich will Raptor-Baby. Ganz viele. Ganz stahlvoll. Ja, ist richtig. Ist die Starter-Base. Und ja, wir haben den endgültigen Bauplatz noch nicht gefunden. Aber ja, wir fangen jetzt hier halt erstmal an mit Arken. So, Ramona, meine Süße. Wie sieht's denn aus? Hast du Bock auf Roland? Hier, willst du mal so ein bisschen hier so knickknacken und so? Ja? Ja. Ja. Das ist Bock. Schau, oder? Guck mal hier. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Dann könnt ihr hier mal so. Ich geh mal beiseite. Ich nehm mal hier auch den, ne, den Mopsi. Ein bisschen Diskretion, Mopsi. Hier kannst du dich ja mal hier so messen. Was tust du? Du kannst ja... Mopsi. Du kannst doch nicht mal einen Garten aufessen. So war das nicht gedacht. Ich geh ja schon. So, was hatten wir gesagt? Was brauchen wir? Äh... Metall. Wir sind von da oben gekommen, gell? Ähm... Ich will zu lange die da... Achso, ich weiß gar nicht... Das konnte man, glaub ich, sehen, wie lange die braucht, bis sie ihn eingeblieben. Hallo? Ich will gar nicht stören. Oh ja, es geht gut voran. Ich hab Raptoren. Ich hab ein Pärchen. Ich mach Babys. Ich liebe Ark. Ach man, wie geil. Und jetzt hab ich's gesagt und wird direkt vermöbelt werden. Aber ich hab ein Bett. In der Nähe von meinen Raptoren. Eigentlich so viel kann gar nicht schief gehen. Ich hätte gern... Ein bisschen getan. Für... Für... Die Schmüde und für... Hier. Äh... Genau. Werkbank und so. War das hier? Ja, hier geht's wieder. Da hinten ist das. Wir müssen uns beeilen, sonst geht das Ei kaputt. Höh! Ach! Schildi! Ich rück mich doch nicht so. Da hab ich mir geduscht und hab... Nichts mehr drin ist. Aber jetzt sind wir hier. Jetzt nehmen wir hier was mit. So viel wir mal tragen können. Oh, warum ist es so wenig, Noah? Mhm. Hm. 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 Schleiß'n du hier rum. Die werden alle gezähmt. Bisschen Verteidigung schadet nicht. Oh, das Ei, gell? Ich hab's genommen. Ich hab euer Eiwecken. Ich werd es beschützen, ich versprech's. So, kommst du auch noch in die Kiste? Ja, aus. Wieso sind die denn alle so klein? Kommt da wieder her. Wie los, wie heißt du dann mit D? Ähm, bist ja ein Mädchen, gell? Hm, nun bist du doos. Was hast du davon, wenn du hier rumschleißt? Da schleißt doch noch so ein Kumpel von dir rum. Ich hab aber keine Bolas mehr. So ein Glück für deinen Kumpel. Mein Gehge ist zu klein. Komm hier rein. Komm. Immer auf, hier so rumzuwackeln. Ja, komm mal hier noch ein Stück hinter, bitte. Geht das, äh, noch ein Stück weiter hinter? Oh, na. Okay, dann. So, und alle auf neutral? Genau. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Ich kann ja jetzt ein Fernlass bauen. Wuiui. Oder? Wie viel Kristall haben wir? Drei. Drei. Drei ganze Kristall. Äh, wo ist denn dieses Besondere? Ich glaub, das bauen wir als Grundlage. Und wie viel braucht das denn? Zwei Kristall. Wo ist das, wo ist das, wo ist das? So, das Ei tun wir erstmal hier rein. Ich brauch nämlich zuallererst was zu trinken. Mh. So, Amona. Schätzlein. D zwei. D. Los, uah. Ich geh mal Wasser holen. Zwiebiden. Geht immer noch den Bonus? So, da flieh ich für die Nacht. Und ich habe Wasser. So, die Schmiede müssen wir aufbauen. Genau. Ich würde das mal abnehmen. So, die Schmiede müssen wir aufstellen. So, ob wir da entsprechend die Mats haben inzwischen. Jawohl. Okay. So, vielleicht irgendwie, ne, dass ich dann das von außen anzünde. Wir gucken mal. So, und das Dach. Das gibt Brützeln. Brüten. Es brütet. Ja. Zwölf Minuten. Brüten ein Raptor-Ei aus. Brüten. Sehr schön. Babies. Okay, zwölf Minuten dauert das. Dann. Äh. Ach ja. Entschuldigung. Okay. Dann. Haben wir dann bald ein Raptor-Baby. Ach, wie geil. Nicht lieber Ark. Okay. Äh. Ich brauche mehr Platz für meine Dinos. Wir brauchen mehr Platz. Wir brauchen mehr Platz. Dann guckst du mal, was das Baby macht da. Oh je, das Feuer ist aus. Ja, 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 ja. Brütet das noch? Zehn Sekunden, Leute. Höch. Kommt, ist Baby rausgeflupst. Drei. Zwei. Eins. Mach die aus. Hallo. Oh, es ist hier so dunkel. Hallo, kleine Maus. Komm mal auf. Oh. Hallo, kleine Maus. Habe ich dich jetzt geprägt? Oh, was bist denn du? Bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge? Du bist erst mal du und die Eins, ja? Ein Mädchen. Oh, ich weiß, wie ich dich nenne. Du bist Rosi. Ja, du bist Rosi. Hallo, Rosi. Oh Gott, Rosi braucht was zu essen. Rosi, meine Maus, komm mal hin. Guck mal hier. Oh, jetzt komm mal ins Licht. Oh Mann, wieso ist denn hier so frisch da? Dich sieht doch keiner. Warte mal. Guck mal da. Es sieht kleine Rosi Maus. Oh. Komm mal zu mir. Oh. Kommt, du bist hier. Kommt, du bist hier. Kommt, du bist hier. Kommt, du bist hier. Okay. Hier, wo ist die Rosi Maus. Du bist mal passiv. Und. Ich habe mich nicht mehr auf die Wandern. Boah, ist die süß. Entschuldigung, da bleibt mir direkt die Stimme weg. Boah. Hallo. Ich grün sie mich doch hier zu. Guck sie mich hier. Guck mal. Hallo, du kleine, süße Maus. Hallo. Geht's dir gut? Ja. Hallo. Wie schön, ja, meine kleine Rosi. 61 bist du, hm? Und sonst? Jetzt hängen wir her. No, ja. Du brauchst mehr Fleisch? Du brauchst mal ein bisschen. Deswegen wird sie da nimmer satt. Wollen wir hier? Schön essen. Du bist groß und stark bist. Ja. Sag mal, bleibst du mal hier drin? Bist du am sichersten? Und ich geh deiner Mama mal Bescheid sagen. Ramona, sie ist ein Mädchen. Ein Mädchen. Ja, ein Mädchen. Oh, sie heißt sie. Ja. Okay. Ach, wie ich das feiere. Kannst du schon wieder? Hast du schon wieder Bock? Nee, dauert noch, gell? Das ist leider das Problem beim Singleplayer. Diese Paarungszeit läuft nur ab, wenn man online ist. Also, wenn man spielt. Im Server läuft das natürlich, wenn der Server läuft. Hallo. Läuft das natürlich dann weiter? Oh. Hallo, du kleine Blum. Also, du bist echt knuffelig. Knuffelig, knuffelig, knuffelig. Müsste ich von allen Seiten. Und hier rum. Kleine, kleine Maus. Ist das nicht geil? So, wir brauchen Platz. Wir brauchen mehr Platz für mehr Babys. Damit die sicher und behütet schlüpfen und aufwachsen können, brauchen wir ein Haus aus Beton für die kleinen Suessnäuse. Stopp, da wer? Nö, ne? Ach, ist das schön. Roland, das ist ein Mädchen. Ihr habt eine Tochter zusammen. Ich habe gerade völlig den Faden verloren, weil ich jetzt ein Haupterbaby habe. Bin ich völlig aus dem Häuschen. Ich muss kurz mal gucken, wie lange die Aufnahme schon läuft, Leute, damit ich einschätzen kann, wie weit wir in der Folge sind. Sekunde. Ihr Lieben, ich würde es einfach sagen, ich beende an der Stelle mal die Folge mit der süßen kleinen Rosi, von der ich überhaupt gar nicht meinen Blick wenden kann. Rosi. Das ist das hübscheste Raptorbaby, das ich jemals gesehen habe, in meinem ganzen Leben. Ich schwöre. Wow. Ihr Süßen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir haben Raptoren. Es gibt jede Menge Babys. Wir brauchen eine Babyhalle. Wir brauchen mehr Raptoren. Wir brauchen mehr Dinos und mehr Babys. In dem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr Süßen. Bye, bye. Keine Wolltien? Ja. Keine Wolltien?